Damit Herzen bekommt Junino und Gute 2, Schicksal eines Königreis. Musik? Hallo? Ah, da. Boah, da wär schon taub, ja. Da wär schon taub. Ja. The Last of Us 2. Ich hab keine Playstation. Ich hab keine Playstation. Hab noch nie gespielt. Ich werd bei... Im April werd ich mir jetzt endlich dann die... Die Serie mal anschauen, ja. Lizenz? Lizenz? Wenn... Wenn's Spiel schon... Das... Das den Begriff Lizenz drin hat, dann wird's ja schon mal ganz schlecht. Wahrscheinlich wegen der Musik. Naja. Ich hab's ja eh nicht so wie diese Anime spielen. Viel Vergnügen. Bitte wählen den Schwierigkeitsgrad aus. Normalschwer-Experte gibt's da auch noch Anfänger. Ich hab die Spiele aber nicht. Hab ich keine Playstation. Ich kann so Spiele nicht spielen. Ich kenn den Last of Us, aber ich kann sie spielen. Woher soll ich was aus den Rippen schneiden? Warum soll ich mir einen Trailer vom Spiel anschauen, wenn ich die Spiele kenne? Ich hab mir schon Let's Plays angeschaut davon. Was seh ich jetzt? Was hat er jetzt erzählt? Ich hab mich aufgepasst. Ah, jetzt geht's wieder stundenlang. Wir werden kurz kommen, Herr Präsident. Hm. Was in der Welt? Boom shakalaka. Ich bin Bomberpilot und bring euch den Tod. Ich bin Bomberpilot. Bomberpilot. Oops. Mr. President. Dear man. The President. Unruhe in Katzbukl. In Katzbukl. What? My lord. The preparations are complete. What? Excellent. Then let us begin. What? Katzbukl. What? 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 What was that? What? What was that? Ich bin Eben Pettywisker Tildrom, King of Dane. Ding-Dong-Dell! Wer bist du? Keine Ahnung, wer. Die Frage ist, woher? Huh? Na gut, jetzt. Wollt ihr auf das? Geh, wo du bist! Geh weg mit deinem Zahnstocher her! Hau weit auf die Mütze! Ja, mag ja sein, aber ich kann's ja nicht spielen, also. Was sucht mich dann das Spiel, wenn ich's nicht spielen kann? Er heißt Roland! Er heißt Roland! What? The Roland? I'm Roland, 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 ich bin The Roland! Verdammt, kein Netz! Steck weg, die Scheiße! Ich war doch... Hm. Genau, ich war auf dem Weg zur Tagung. Ach, ist das jetzt der Mr. President? Oh Gott! Was ist das denn? Als... Dann ist das hier ein Traum? Oder bin ich etwa... tot? Schicker Zopfhäller. Wachen ergreif den Eindringling. Was ist los? Warum ist denn jemand hier? Iben, Iben, der Ibenhau macht Kinderfrau. Mina, wo ist sie? Aha, die Vorbereitung für die Zeremonie. Hör zu, verstecken kannst du dein Papa spielen. Kannst du mit deinem Papa spielen? Ich habe keine Zeit für sowas. Unverschämtheit, ich bin der König von Katzbuckel. Das hat er aber im Englischen nicht gesagt, er sagt nur Excuse me. Und nix von allen bekingen, denn er rufte Katzbuckel hier. Cat Hill oder Hill of the Mountain, Schießdreck. Worte sind für die Übersetzung. Da dichten sie immer noch was im Deutschen dazu, was im Englischen original gar nicht drin ist. Es gibt schon mal 5 Minuspunkte. Ja, ja, wie auch immer, wo wir schon dabei sind. Eine Frage. One question. Bin ich tot? Er hat ja gar nichts gesagt. Wie kann er Fragen stellen, wenn er den Mund nicht bewegt oder den Mund aufmacht? Was soll das? Ich darf nicht drüber nachdenken. Nullpunkte. Was soll das? Lenk nicht vom Thema ab. Was soll das? Eine Explosion? Ich mag schon nicht die komische Konversation andauernd. Und die Musik. Ist das etwa auch dein Werk? Okay, jetzt ist es erstmal egal, wo ich hier bin. Aber wenn dieser Junge die Wahrheit sagt... Du bist also der König dieses Landes. Ganz genau. Ich sehe mal noch, was da vor sich geht. Mach keine Dummheiten. Fremdes Land. Oh Mann, ja. Ich muss mich mit solchen Spielen abgeben. Was geht hier vor sich? Was geht hier vor sich? Kamerasht also. Na. Da wo meine Facecam ist, ist ja so eine Karte. Ich bin auf dem richtigen Weg. Kann ich hier was machen? Knopf. Ist ja nur eine Lampe. Da. Ja. Oh ja, ich habe nicht gewonnen mit Campen, aber es war ein Blutspritschen, oder? Es gibt zwei Arten von Nahkampfangriffen. Schnelle, leichte Angriffe. Schnelle, leichte Angriffe, durchgeführt mit X. Und langsame, starke Angriffe. Jo. Weiter. Der Schaden einem geht dann immer. Jo. Geh fort her. Als ob er das so gut kann als Mr. President, oder? Ich weiß ja nicht, woran er das gelernt hat. Fasst mich nicht an. Wachen, nehmt diesen Mann fest. Sieh dich doch rum. Niemand kommt, um dir zu helfen. Deine eigenen Soldaten greifen dich an. What? What? Das ist mein Spruch, ey, gell? Da hab ich die Lizenz drauf. Was willst du damit? Hey. Verstehst du nicht? Das ist ein Putsch. Kein Putsch. Ein Putsch. Nichts zum Saufen. What? Ja, ey, ey. Kind. Letzte Chance. Wenn du nochmal ein Wort sagst, dann schalte ich dich ab. Ein Putsch. Ein Putsch. In meinem Land. Ui. Habt ihr ihm etwa immer noch nicht gefasst? Sir. Wir erhalten sicher gleich Bericht von seiner Ergreifung. Ja. Hier ist es so gefährlich. Am besten kommst du mit mir. Kommst du mit mir. W-w-w-wat. In sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Kind, pass auf was du sagst. Yes. Ah, wenigstens hat's jetzt verstanden. Ich stelle mir da viel Leserei, ne. Alle sind mit der Vorbereitung für die Ceremonie beschäftigt. Das kommt uns gerade recht. Wie von euch zu erwarten, ein ausgezeichneter, behinderlistiger Plan. Rattinger. Rattinger. Ratte Schaf kommt sicher auch noch. Aber ich muss schon sagen, der alte Leopold war ein ziemlich zäher Bursche. Wir mussten einige Verzögerungen in Kauf nehmen und das, obwohl wir nach und nach die Giftloses in seinem Essen erhöhten. Hehehehe. Was ist jetzt wichtig? Haben wir nicht so eine Stubbornheit auf seinem Teil geplant? Hehehehehehe. Das tut unseren Plänen keinen Schaden. King Leonard's untimely demise was affected without a hitch. Now the only obstacle remaining is the boy. Niemand stellt die Krankheit und den Tod des Königs in Frage. Jetzt müssen wir nur noch seinen Bagel-Even beseitigen. Yes, my lord. And once he is eliminated, the throne will be ours for the taking. Von Katzbuggels Thron gehört der Maus. Und er hat ja noch gesagt, und wenn er eliminiert ist, dann. Das steht aber da wieder nicht im Deutsch, ne? Also die deutsche Übersetzung ist schon ziemlich... Mau. Miserabel. Endlich geht unser langgeheckter Wunsch in Erfüllung. Am besten mal achtet gar nicht auf die Übersetzung. Der Trupp ist geschissen, ne? Würde ich sagen. Hahahaha. Lord Mausinger. The boy. He... He's escaped. Er schreibt. Erschneite Bericht, wir haben das Ziel aus den Augen verloren. What! He, fang du jetzt auch noch an! Mit what! Das ist mir! Was? Ihr habt den entkommen lassen? Na was soll's, schließlich haben wir noch unseren Plan B. Und Plan C, Plan D, Plan F und Plan Doppel D. Schwarzer Ritter, trifft die nötigen Vorbereitung. Der Schwarze Ritter. The Black Knight. Oh, Laberstunde. Ich hasse das an diesen Anime-Spielen, diese permanente Laberei. Vom Spiel, wo du 100 Stunden gespielt hast, war ein Minimum 80 Stunden nur lesen, labern, labern, labern. Und 20 Stunden durfte spielen. In 100 Stunden. Oh no. Das muss von den Explosionen von vorhin sein. Hey. Hey. Da fällt mir ein, beim ganzen Chaos habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Ich bin rollen, rollen, rollen. Und du sagst, dass dein Name ist Even? Also, King Even? Mini-King Even? Schon. Aber. Was ist nur passiert? Unser Königreich war doch immer zufriedlich. Mhm. Was soll ich sagen? In jedem Land geschehen tiefen, verborgenen, dunkle Machenschaften. Mhm. Ah. Das Kind hat gelernt. Mhm. What? Ich muss es wissen. Glaub mir. Kind hat gelernt. Wir müssen weg. Am besten verlassen wir das Schloss so schnell wie möglich. Up and away. Flucht aus Katzenbuckel. Drücke um das Hauptmenü zu öffnen, während Campen ist das nicht möglich. Flucht aus Katzenbuckel. Inventar. Rollen, rollen, rollen. Mäuse Degen. Geh weg, Kind. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Gummert euch nicht um mich, bringt euch in Sicherheit. Machen. Auf der da! Nee, ich konzentriere mich nicht. Ich geh da fixieren. Für was? Ich kämpfe gegen alle, mach sie alle platt gleichzeitig. Da bin ich hier der, der Prinz Roland von der Versicherung. Die haben auch einen Ritter auf dem Emblem. Roland Versicherung. Ach scheißer Schauf, das braucht kein Mensch. mit riesigen und Rhalus. Ich kann das nicht rausnehmen. Guck dir das nicht. So liegt das havebских und Rumpfstabler? Tja! Roland, warte. Sieh nur, die Soldaten. Was ist mit ihnen? Mit den Opfern? Das sind Elite-Soldaten. Du erkennst ja an der roten Kleidung, an ihrer roten Kleidung. Ich verstehe, dann sollten wir uns wohl besser nicht mit ihnen anlegen. Auf keinen Fall. Auch wenn doch nur... Ach, wenn doch nur Mina hier wäre. Wer? Mina. Eigentlich heißt sie all Mina. Sie ist echt stark und weiß einfach alles. Mit ihr müssen wir keine Angst haben. Mit ihr? Ja, alle wären morgens. Ich muss ja mächtig was draufhaben. Ich mag schon nicht. Nee. Nee. Lass uns mal in Ruhe jetzt. Lass uns mal in Ruhe jetzt. Ich glaube, das Publikum ist auch schon weggelaufen. Hoffentlich sehen sie uns nicht. Lass mich doch einfach spielen, ja. Ich bin nicht. Was ist das? Was ist�� Was ist das? Was ist das? Ist das? Was ist das? Ich muss es nachdenken, was Du? Holger, probier ich nicht. Gott sei Dank. Moment, probier es nochmal. Gott, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ach da. Schnauze. Am besten ist stehenbleiben, ja. Wer ist denn der Erziger? Das war vorhin der Fehler. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Ich bin da. Oh, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Tja, Elitian. Hahaha. Lächerlich, Elite. Elite. Nicht schon wieder labern. Warte mal. Äh, mir egal. Das ist... Du kommst einfach nicht in den Spielfluss rein, ne? Weil andauernd dieses blödige Labern hier am Weg ist. Zwei-schrittige Laufen schon wieder labern. Ja, was? Das geht nicht schwer. Ah, ich kann drücken, was ich will. Pfff! Ich weiß nicht, warum. Weiß nicht. Mein Controller reagiert nicht mehr. Moment, mach mal Controller außen rein. Mein Controller wollt nicht mehr. What? Scheint, als wäre er umzingelt, ja. Abwehren, abwehren, abwehren? Abwehren? What? Ich bin doch einfach. Ich bin doch nicht. Achtung! Magic, jetzt kommt Magic. Das war's also. Ah, das ist ja die... Jo, jo, mit dem Brotmesser. Mit dem Brotmesser. Als ob... Schöne aus, denkt man. Wiem, hm, 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 hm. Aus-weichen, denke ich. Ach, halt doch mal dein Maul mit deinen blöden Ausweichen. Ich hab's ja schon alle platt gemacht. Er braucht Ausweichen. Thanks. Thanks. Okay. Thank you. Thank you. Entschuldige. Äh, ihr schuldet mir keinen Dank, ich hätte viel früher an eurer Seite sein müssen, ja. Laber. Ist überhaupt noch jemand da? Möchte ich ja mal nicht interessieren, weil das schreibt ja keiner mehr was, ne? Brotmesser können sehr scharf sein. Nicht wie mein, du kannst jeden streicheln damit. Echt? Aber mit meinen kann ich schon Auer machen. Mein Brotmesser hier ist mein kleines Hackebeil, mein asiatisches. Damit machen wir schon Auer. Damit schmiere ich jeden Brot aufs Brot. Wenn ich mal welche hätte, ne? Ach, es hat drei Stunden Konversation, die keiner interessiert, oder? Ach, nee, no, yes, no, yes, yes, no, jo, no, 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 ah, yes, no, yes, no, yes, yes, no, no, yes, no, yes, no. Die Tür führt dorthin, jo, no. Letzte Rettung. Kapitalisation hier. Nä. Leute. Nä. Nä. Äh. Ich möchte zurück ins Menü. Ich möchte zurück ins Menü. Menü. Optionen. Speichern. Ja, ich speichere mal. Auf Erkundungsserie... Achso, leck mich ja mal aus. Ja Freunde, das war Ni No Kuni 2 Schicksal eines Königsreichs. Von mir kriegt das Spiel außerhalb der Wertung. Viel zu viel Laberei. Viel zu viel Leserei. Man kommt einfach nicht in Spielfluss rein. Und das ist halt Dreck. Und die deutsche Übersetzung ist absoluter Müll. That's it. Null Punkte. Auf gut Deutsch gesagt. Nicht meins. No. Jedem das Seine. Ich denke mir nicht. Princess Edition. Schlecht. Spiel. Spiel. Du hast mich schon gesagt. Ich könnte mir das nicht mehr zu sehen.